Hi. Hey Chrissi, was machst du grad? Oh, ich war grad beim Shoppen hin. Ich bin schon voll find ich geworden. Zwei riesen Tüten schon voll. Boah, wie cool. Aber gehst du immer noch in solchen Läden einkaufen und du weißt doch, dass das keine so gute Ware ist. Ja, schon. Da fällt mir grad eine richtig gute Challenge ein für dich. Warum überzeugst du dich nicht einfach mal selbst von der Second-Hand-Kleidung, die ich sie gerne trage, und gehst in meinen Lieblingsladen, die Vintage-Rakete? Ja, wär cool eigentlich. Wär ich dabei. Cool. Ja, dann überweise ich dir als Weihnachtsgeschenk schon mal 100 Euro und dann kannst du dir einfach dein nachhaltiges Outfit aussuchen. Ja, mega cool. Das freut mich aber. Danke dir. Cool. Wenn du fertig bist, dann ruf mich auf jeden Fall an. Ich muss das Outfit unbedingt sehen. Ja, das mach ich auf jeden Fall. Mach's gut. Okay, gut. Dann bis später. Tschau. Tschau. Madame, Challenge accepted. Herzlich willkommen in der Vintage-Rakete. Wie kam es dann zu der Idee der Vintage-Rakete? Als ich nach Würzburg gezogen bin, hab ich mich gefragt, warum es denn eigentlich in Würzburg keinen Vintage-Laden gibt. A, weil ich nicht gewusst hab, wo ich einkaufen soll. Und B, weil ich dachte, in der Stadt mit so vielen Studenten, das ist doch eigentlich total die Marktlücke. Und dann hab ich irgendwann gedacht, naja, bevor ich mich jetzt darüber ärgere, dass es keinen gibt, mach ich halt selber einen auf. Woher kommen die Klamotten und die Ware der Vintage-Rakete? Unsere Klamotten kriegen wir eigentlich von ganz, ganz unterschiedlichen Ecken. Also einerseits kaufe ich tatsächlich von Privatpersonen an. Ich hab auch so ein paar Leute, die machen Haushaltsauflösungen. Aber der größte Teil kommt eigentlich von den großen Sixteen-Recycling-Firmen. Was hast du denn für einen Wunsch für Würzburg, wie sich die Nachhaltigkeit in Würzburg weiterentwickelt? Ich hab das Gefühl, dass Würzburg eigentlich schon auf einem ganz, ganz guten Weg ist, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Also gerade jetzt so in meinem kleinen Feld, also wenn es um Klamotten geht. Es werden immer mehr Second-Hand-Läden und Vintage-Läden in Würzburg. Was ich super finde, weil ich glaube, je mehr solche Läden es gibt, mehr sehen die Leute das als echte Alternative zur Fast Fashion. Und das finde ich großartig. Tada! Ja, so, fällt mir. Hey! Alle Shopping-Peters sind in der Nähe? Ja, voll, schau mal. Ich finde es richtig cool. So, voll mein Style und so. Es ist richtig gut geworden. Mega cool. Also, da verdient ihr auf jeden Fall ein Sale-Konseln von mir. Juhu, danke. Und auch danke nochmal für dein Weihnachtsgeschenk. Hat mich sehr gefreut. Ja, kein Problem. Dann mach's gut. Also, mach's gut. Ciao. 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 Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank.